Hallo und herzlich willkommen wieder zu einem neuen video heute fangen wir die ist es eigentlich die erste folge von unserem micro projekt neu Wir hatten ja schon ein bisschen angefangen an Beim live streamen euch erstmal unsere base und so ja gut dass du jetzt tot bist und zeigen wir die ganze base und alles also Das ist das hier ist erko boys haus und das ist meins meins ist einfach nur aus glas Dann sind wir wohnen hier direkt neben einem dorf das ist einfach ein survival projekt Ich habe die Sonnenfahnen gebaut Schuss und hier auch noch so eine Kürbisfahnen Was? Ja Pack bist du gerade in meiner Farm Digga hast du meinen Bambus geklaut Digga du darfst du darfst nur da unten arbeiten Du darfst du musst alles da unten kochen Du darfst nicht in dein eigenes Lager holen wegen dem Anti Abbausystem von 12.0 p Das ist besser für die umwelt Digga das einfach Die holt wenn was daneben fällt holt dieser Die wachsen so und danach bauen die sich automatisch ab Das Wegen diesem glas Ja 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 So lass dann wieder kurz schlafen gehen So Wir können eigentlich mal eine neue Höhle suchen Weil diese eine Höhle da dick ist Digga die ist so unübersichtlich die Erkoboy Höhle oder wie die heißt Digga du hast du meine ganze Truhe geleert Oh mein Gott Nein ich habe einfach nicht Okay ich zeig dich an Ja Okay lass in die Richtung laufen Hier kommen Nein ich hab dir leise gestellt Ja Ja Ich schau mal kurz wie laut die ist Wir spielen jetzt auf der Playstation Ich hab zwar auch am PC aber Weil so am PC ist es ein bisschen kompliziert mit Erkoboy und so Deswegen Hä? Achso ja Du gehst einfach in Minecraft Einstellung Ja Wie laut ist denn meine? Du meinst es aber 50 Ja 50 ist gut Komm jetzt lass gehen Digga 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 Digga